Deutschland trifft im Rahmen des vierten Spieltages in der Nations League auf die Niederlande und aus diesem Grund werfen wir in diesem Video wie immer einen kleinen Blick auf die potenziellen Aufstellungen und außerdem werde ich dann am Ende auch eine kleine Prognose zu diesem Spiel abgeben. Vorab lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr Videos wie diese mögt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu den Top-Themen der Bundesliga und auch der deutschen Nationalmannschaft zu verpassen. Und in dem Sinne fangen wir auch mal mit Deutschland an. Und ich denke im Vergleich zum Spiel gegen Bosnien und Herzegowina wird es nicht allzu viele Änderungen geben. Im Tor wird Oliver Baumann aller Voraussicht nach seine Chance bekommen. Im letzten Spiel hatte dieses Jahr Alexander Nübel. An der Stelle sei übrigens erwähnt, die Rückennummern hier, die werden zum Teil wahrscheinlich nicht richtig sein, weil meine Aufstellung.de da einfach nicht zu 100% aktualisiert ist. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie sich Oliver Baumann hier schlagen wird. Ich fand Nübel gegen Bosnien auf jeden Fall nicht schlecht, vor allem aufgrund seines Alters und am Ball sehe ich ihn ja eigentlich als bessere Alternative zu Baumann, aber Baumann hat sich seine Chance auf jeden Fall verdient. In der Abwehr rechne ich mit gar keiner Änderung. Da werden es weiter Mittelstädt, Tar, Rüdiger und Kimmich sein. Ich bin sowieso ein Fan davon, dass Nuggets man gerade in der Abwehr nicht großartig viel ändert. Einfach deswegen, weil es natürlich immer darum geht, dass die Mannschaft maximal eingespielt ist. Im zentralen Mittelfeld könnte es dann spannend werden. Ich gehe davon aus, dass Andrich weiter gesetzt ist. Aber daneben könnte für Pascal Groß in München Alexander Pavlovich den Vorzug bekommen. Er ist ja jetzt wieder fit und dürfte ein Kandidat für die Startelf sein. Und in der Offensive denke ich, dann wird sich dann auch nicht allzu viel tun. Über die linke Seite führt kein Weg an Florian Wirz vorbei. Dennis Undorf ist momentan in einer unfassbaren Form. Es würde mich maximal wundern, wenn er hier in irgendeiner Form ausgetauscht wird. Man of the Match im vergangenen Spiel und auch in der vergangenen Partie gegen die Niederlande war er ja an beiden Treffern der Deutschen direkt beteiligt. Dann auf der rechten Seite wieder Serge Gnabry, der für mich gegen Bosnien jetzt auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen hat. Und ich sage mal, so mit ein bisschen Glück hätte er sogar sein Tor erzielt. Und im Sturm bin ich dann mal gespannt, ob Jonathan Burkhardt hier vielleicht diesmal von Beginn an aufläuft. Tim Kleindienst war ja gegen Bosnien eher unauffällig. Er hatte auch zwei sehr, sehr gute Aktionen, wenn ich jetzt an sein knappes Abseits-Tor denke und die Stelle, als Dennis Undorf beinahe seinen Hattrick gemacht hat. Aber ansonsten kam da jetzt nicht allzu viel. Ich würde da tatsächlich Jonathan Burkhardt die Chance geben. Aber es kann natürlich sein, dass Kleindienst hier erneut beginnen darf. So und jetzt werfen wir natürlich auch einen kurzen Blick auf die potenzielle Startaufstellung der Niederlande. Verbrunken im Tor, Viererkette von links nach rechts Van de Veen, De Ligt, De Frey und Dümfries. Im zentralen Mittelfeld wird neben Gravenberg wahrscheinlich Quentin Timber auflaufen. Auf der 10 Reinders, rechts im Angriff Xavi Simmonds, links Gagpo und im Sturm Zirksi. Irgendwie interessant, dass in München hier wahrscheinlich gleich drei Ex-Bayern-Spieler in der Startelf stehen könnten. Mit De Ligt, Gravenberg und Zirksi. Van Dijk wird hier übrigens ausfallen, weil er im Spiel gegen Ungarn eine gelbrote Karte gesehen hat. Da hat die Niederlande ja 1 zu 1 gespielt, aber trotz Unterzahl am Ende doch noch den Ausgleich machen können. Beinahe wäre hier die nächste Sensation für Ungarn drin gewesen, die ja in der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind. Insgesamt muss man aber sagen, hat die Niederlande dann sich schon sehr verdient den Ausgleich geholt nach einem Standard. In der Tabelle wirkt sich das dann so aus, dass Deutschland momentan mit zwei Punkten vor den Niederlanden steht. Und wenn es Deutschland hier gelingt, das Spiel zu Hause zu gewinnen, dann hätte man mindestens fünf Punkte Vorsprung vor Platz zwei. Vor allem vor den Niederlanden, die hier für mich natürlich der direkte Konkurrent sind. Ungarn könnte jetzt auch noch auf fünf Punkte reinkommen, aber der Abstand wäre auf jeden Fall so groß, dass ich sagen würde, dass wir hier schon von einer Vorentscheidung um den Gruppensieg sprechen können, wenn Deutschland dieses Spiel gewinnt. Rein rechnerisch wäre es natürlich noch möglich, die DFB 11 einzuholen, da ja noch sechs Punkte dann zu holen wären. Aber ich glaube, dass Deutschland dann sowohl gegen Ungarn als auch Bosnien die letzten beiden Spiele verliert. Das halte ich dann schon für sehr unwahrscheinlich. Aber natürlich muss man jetzt erstmal gegen die Niederlande gewinnen und das wird natürlich nicht einfach. Das hat man ja schon im Hinspiel gesehen, wo sich beide Teams mit einem 2 zu 2 getrennt haben. In einem Spiel, wo ich sagen würde, insgesamt schon ungefähr auf Augenhöhe. Da war das Ergebnis 2 zu 2 jetzt nicht unverdient. Aber ich habe da noch eine Situation im Kopf, wo gegen Ende ein Foul an Musiala nicht gegeben wurde und dann hätte Deutschland diese Partie vielleicht sogar noch gewonnen. Und auch interessant war dann noch die Situation ganz am Ende der Partie, als Havertz schon mit dem Ball im Strafraum der Niederlande angekommen ist und in dem Moment wird die Partie dann auf einmal abgepfiffen. Aber gut, jetzt hat man natürlich zu Hause die Möglichkeit, das Ganze auf die eigene Seite zu ziehen. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, dass das Unentschieden vielleicht nicht völlig unverdient war, weil sich eben beide Mannschaften hier wirklich mit viel Einsatz reingeworfen haben, muss man schon sagen, dass die Niederlande hier am Ende des Tages in diesem Spiel schon viel Glück hatten. Ich sehe Deutschland in dieser Partie übrigens als leichten Favoriten. Klar, wenn man jetzt auf die Weltrangliste schaut, dann sind die Niederlande aktuell noch vor Deutschland. Aber die Entwicklung der DFB-Elf geht schon in eine gute Richtung. Man hat zuletzt gegen die Niederlande ein gutes Spiel auswärts abgeliefert und war auch knapp die bessere Mannschaft. Ich fand auch, dass man jetzt gegen Bosnien, das Spiel war jetzt nicht spektakulär oder so, aber es war definitiv auch nicht schlecht. Und auch wenn es aufgrund des Ergebnisses gegen Ende nochmal knapp wurde, hätte man da schon deutlich höher gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Aber da war halt auch viel Pech im Spiel. Ich muss aber auch dazu sagen, das waren damals vor Julian Nuggets Mann genau die Spiele, wo Deutschland dann auch gerne mal Punkte liegen gelassen hat. Durch ein spätes Gegentor oder weil man keine gute Reaktion auf das oder den Anschlusstreffer gezeigt hätte. Und da merkt man einfach, dass die Entwicklung meiner Meinung nach ganz klar in die richtige Richtung geht. Deswegen sehe ich da jetzt auch nicht viel zu kritisieren. Ja, meine Prognose zu diesem Spiel. Ich glaube, die Niederländer werden es den Deutschen erneut nicht einfach machen. Ich erwarte wieder ein spannendes Spiel. Hoffe, dass wir wieder das ein oder andere Tor sehen werden. Knifflig aus deutscher Sicht ist natürlich an der Stelle, dass man die ein oder andere Verletzung zu beklagen hat, was die Offensive angeht. Ich meine, es fehlen unter anderem Spieler wie Jamal Musiala, Niklas Fülkuk und Kai Havertz. Das sind natürlich wichtige Optionen, die man hier gerne zur Verfügung hätte. Und ohne die es in meinen Augen schon schwer werden kann. Aber dafür hat man hier erneut die Möglichkeit, dass der ein oder andere in der Offensive seine Chance bekommt. Wie in dem Fall, wenn es nach mir geht, Jonathan Burkhardt. Ein Spieler, von dem ich wirklich viel halte. Oder im Zweifel dann Tim Kleindienst. Der weiß, vielleicht macht er ja dann hier sein erstes Tor. Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Mein Ergebnistipp wäre, dass sich Deutschland hier mit einem 2 zu 1 gegen die Niederlande durchsetzt. Dass am Ende wahrscheinlich eine Kleinigkeit das Spiel entscheidet. Und gebe an der Stelle jetzt mal wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Kann Deutschland hier einen großen Schritt Richtung Gruppensieg in der Nations League machen? Und wen würdet ihr an der Stelle von Julian Nagelsmann in dieser Partie eine Chance geben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da wie immer auf eure Meinung gespannt. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut auch da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.